Tai Chi aus Lurgensland, Teil 7. Wir beginnen mit Nummer 62, Ende der 61, den Himmel schützen. Wir haben die 21, genau umgedreht. Und jetzt stehen wir in der gleichen Diagonale, nur auf der anderen Seite. Nummer 62, Faust, Rücken, Spanke. Nummer 63, Faust, Stoß, Fuß öffnen, Hüfte reingedrehen. Nummer 64, Ableiten. Die 7, die 9 und so weiter. Abwehrstellung, Kranisch, Spanisch, Streich und Fuß parallel gedrehen. Ball wieder Schlasser ziehen wir die Nummer 2. 65, Peitsche links. Die 25 und 180 Grad verdreht. 66 Wolken nennen wir vorwärts, mit ganzen Schritten. Und wieder rückwärts. Drei Schritte. 67, Peitsche rechts. In die 3. 68, Pferdsatteln. Kranisch, Spanisch, 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 Spanisch und Sattel auflegen. Jetzt kommen Bewegungen von hinten, könnt ihr aber trotzdem sehen. 69, gekotzte Hände, Fußstoß. 70, den Tiger im Schilf zu. Hier 90 Grad, da 45 Grad, Hand geht vor, streift das Schilf zur Seite, die Faust geht hinterher. 71, wie die 2, den Bein durch Wasser ziehen. 72, Falt rechts. 72, Falt rechts. Nein, links. Amen.